Hallihallo und guten Tag zur spänten Stunde. Heute war wieder ein arbeitsreicher Tag. Wir hatten so viel auf der Arbeit zu tun und meine Chefin gleich gesagt hat, ach komm, weißt du was, wir färben ein bisschen an deine Haare. Wie man sieht, ich bin nicht mehr ganz so blond, sondern wir haben ein paar dunkle Strähnen dazugesetzt. So schaut's aus. Ich werde jetzt mich an das Werk begeben, diese weiße Wand mit Adventskalendern zu bestücken. Denn mein Sohn, der Rick, der ist schon die ganze Woche so nervös und sagt, wie viel mal schlafen noch, wie viel mal schlafen noch. Und was macht er jetzt gerade? Momentan ist hier ein gewisses Spiel, wie heißt das Sandbox? Sandbox. Sandbox. Aber ich muss sagen, ich habe es mir gestern auch runtergeladen. Ich habe gestern Abend auch wieder Heimlichter gesessen und habe Bilder getippt. Das macht süchtig. Da kann man Pixelbilder sich selber bunt anmalen. Das macht süchtig. Er zeigt es mir gerade, bis gerade ein Krankenwanger macht. Und wenn man guckt, na, das vergrößert, dann siehst du die Zahlen, die angetippt werden müssen. Ja, das macht süchtig. Das macht echt süchtig. Ja, immer so. Man kann da nicht wegkommen. Ich und Darlene haben im Bus daran gehangen. Ja, ich denke mal, das ist so wie die Zeit war, als alle Pokémons am Suchen waren. Falls sie nicht jetzt immer noch dran sind, Pokémons zu suchen. Ja, die ganze Klasse hat das Spiel. Ja. Ja, wunderbar. Ich werde jetzt mal mir Nägel und den Hammer holen. Und ja, meine Nase brennt immer noch. Nicht brennt. Das tut jetzt weh, weil das alles verkrustet ist da drunter. Also, ich habe mir jetzt ein bisschen Melkfett hingeschmiert, damit das was weicher wird. Also jetzt so in dem dunklen, da sehe ich voll dunkel aus. Also so dunkel ist das gar nicht. Wir haben nur ein paar von diesen blonden genommen und haben die braun eingefärbt. Ich finde es aber so, ehrlich gesagt, schöner, weil an dem hellen habe ich mich was satt gesehen. Und ich wollte sie jetzt nicht direkt komplett dunkel sein. Du hast ja früher auch ganz, ganz dunkel. Ja, früher waren die eigentlich immer nur dunkel. Nö? Ja gut. Da liegen sie die ganzen Kalender. Kalender. Ich weiß, es sind eigentlich viel zu viele. Aber ich mache immer, dass Kinder meistens jeder zwei Kalender hat. Immer so zwei verschiedene. Ja, letztes Jahr hatten wir jeder vier. Vier Kalender? Drei. Jeder drei. Drei? Ja. Nein, jeder zwei. Jeder zwei. Äh, äh. Jungs hatten zwei ganz oben. Rik auch. Und dann unten. Und oben haben wir immer für die aufgemacht. Doch, 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 doch. Ja, mich wundert es gerade. Hier sind sehr viele Löscher in der Wand. Ja, weil wir da immer Kalender auflegen. Ich noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Siehst du, so viele Kalender hatten wir. Ehrlich? Ja. So, jetzt hat aber jeder seine zwei. Hier ist die eins. So, das sind die jungen Dinger, die blauen. Geil, cool. Könnt ihr mal die Plastikfolie von den Dingern abmachen? Ja. Ja, von den großen, das sind alles die gleichen. Ja, die Schere. Ja. Okay. Okay. Denk dann, schneck nicht zu fest mit deiner Schere da rein, ne? Ansonsten floppen alle Schokolädchen schon raus. Und den Müll. Legt dann bitte den Müll alles auf einen Haufen auf dem Tisch, ja? Und ich muss dann mal gucken, von der Größe her, wie ich die am besten aufhänge. Sieht ganz dämlich aus. Ich möchte gerne meine oben. Ja, ihr großen kriegt die sowieso oben hin. Aber ich darf die auch nicht zu tief hängen, weil sonst, ähm... Guck mal, das finde ich Schokolade da drin ist. ...geht die kleine auf vier Beinen und roppt die von der Wände runter. Uh. Während keiner zu Hause ist. Und wenn keiner... und wenn... Aber ich muss mir jetzt erst mal die Haare aus den Füßen machen, weil wenn ich arbeite, muss ich immer die Haare aus den Füßen haben. Und Mama, wenn das runterfällt, dann fällt die Schokolade. Ich nehme jetzt sowieso die alten Löcher. Und hau da überall die Nägel rein. Das ist nämlich einfacher. Ja. Weil, was soll ich denn jetzt die Wand schon wieder mit acht Löchern per... Ich weiß noch, dass meins da, wo dein Kopf... Ja, da war meins. Meins, wie es singt und lacht. Also mein Kalender, oder? Das ist sowieso eigentlich. Ich nehme nämlich die gleichen Löcher, die ich hatte, weil die Wände, die sind heimtückisch. Entweder kriegst du den Nagel, haust einmal drauf, fupp, kannst du den Nagel verschwunden. Oder du haust drauf und kriegst den Nagel überhaupt nicht rein. Ja, so wie letztes Jahr. Ja. Und deswegen... Hey, die blieb droht. Weil sie an ist. Das ist ganz heimtückisch hier in dem alten Haus. Dein Schatten. Mein Schatten. Unter der Lamp. Ja. Jetzt Licht aus. Das hat der Bibi. Ja. Ja, Bibi hat etwas in die Wand gebohrt. Also normal müsste das auch funktionieren. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Jana. Ja. Das wären wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da offen noch zwei näher. Weil Bibi wollte Blumenstellen, da hat die was in die Wand gebohrt und dann auf einmal ging im Badezimmer das Licht aus. Ja. Und die hat einen Stromschlag so bekommen. Leicht. Nee. Wenn du ja einen Nagel reinhaust, nicht. Wenn du ja schon in Verbindung damit sein, dann kriegst du eine verpasst. Ja, die hat einen Akkubohrer, ja. Das ist genauso. Ich hatte übrigens ja auch am Montag meinen neurologischen Termin. Und der nette Herr hat mich nicht darauf hingewiesen, die Untersuchungen, die die jetzt gerade machen, dass das kleine Stromschläcke sind, die mir durch den Arm jagen. Und ich lag nur da und mich voll erschrocken und denke, warum zucken meine Finger, warum tut das weh? Ja. Mit Strom wurde dann analysiert, ob irgendwo eine Störung klemmt. Aber man hat mir gesagt, es kommt nicht von der Wirbelsäule. Ist dann, denke ich mal, eine muskuläre Geschichte. So, jetzt muss ich aber erst einmal schauen. Sag mal, ist das Schmutz oder ist das auch ein Loch? Siehst du, das Schmutz ist ja kein Loch. Wo ist denn noch ein Loch? Da. Ja, hier ist eins, da ist eins. Da kommt der Liebchen, weil da komme ich nicht dran, glaube ich. Ach so, jetzt habe ich hier unten schon die Dinger. Ich muss jetzt gleich einfach mal von der Optik her gucken. Es sind gar nicht so viele Kalender, oder? Aber Hauptsache, ich habe die Nägel drin, da kann ich ja rumvariieren, wo ich was hinhänge. Meine Unterliebe kommt nach ganz oben. Das hier ist die Dekorationswand. Über uns, meine Schranktüre hält immer noch. Ja. Immer noch. Hey Mama, wie sollen wir dann? Ja, das hier ist doch für die Mädels. Und wenn helfen wir euch, wenn ihr nicht da dran kommt? Wenn ich komme da dran. Ja. Antischupolär komme ich dran. Hier kommt meiner und hier kommt meiner. Da holst du dir eine Stufe für. So. Und da kommt Rons und da kommt Rons. Mitte meiner. Da kommt meiner ganz oben. Da, äh, ja. Sollten wir machen. Hier den großen, hier den kleinen oder da den großen, da den kleinen. Nee, wir machen so. Hier, warte mal. Nee, das doofe Loch. Mama, meiner kommt da drüber. So. Weil es kann gegebenenfalls sein, ich muss erst mal gucken, wie die hängen. Und wenn sich die junge Dame nämlich auf die Hinterpfoten stellt, kommt die nämlich da dran. Dann hängt die den ab und isst die Schokolade auf. Meiner kommt da drüber. Du hörst ja rum. Da die großen Kalender sowieso identisch sind, ist das eigentlich urscht, wem welcher ist davon. Der gehört Rons, ich helfe Rons ein bisschen. Ja, ja. Ich schreibe auf meinen meinen Namen. Äh, damit auch gar keiner einklaut. So. Aber ich hab dir jetzt Bock, du mach die Tür auf. Meiner kommt über Rix. Meine kommen da hin. Wir suchen das Loch, wir haben es gefunden. Dann lass mich mal einfach schauen, äh, komm mal ein bisschen weiter weg. Wie findest du es? Schön. Sollen die großen und kleinen irgendwie noch anders. Nee, ich find's so ist okay. Aber dann können wir den Wagen nicht da hin, oder? Ich muss das so machen. Hm, den noch gut. Den hier hin. Aber das ist grad eng. Das passt nicht. Guck mal, die beißen sich die zwei. Rons könnte ja, der große von Rons könnte ja auch theoretisch hier hin. Nein, es geht sich um die zwei unteren, weil ich muss den Wagen doch auch hier hinstellen. Der Wagen stand ja normalerweise da, wo jetzt der Tisch ist, wo der Drucker draufsteht. Ja, da. Aber jetzt steht halt die Hunde. Jetzt steht halt der Tisch da und der Wagen da. Du, vielleicht können wir ja auch ganz einfach den Wagen für die Zeit woanders hin parken. Hier in den Flur. Ich weiß noch nicht, hier in den Flur. Äh. Aber wohin? Keller. Äh. Ja, hier oben passt der nicht hinaus, weil im Esszimmer da an die Stelle. Lass mich überlegen. Hallo, und es ist wieder ein anderer Tag. Ich, ähm, habe gerade begonnen mit Wäsche falten. Guck mal. Bisschen lächer. Aber erst mal sind die Handtücher dran. Hier. Die werde ich zuerst falten und dann mache ich mich fertig. Wir haben heute Barbara fest in der Schule. Ja. Die Kalender, die wir ja aufgehangen haben, die werden schon richtig schwer geplündert. Jeden Morgen. Deswegen stehen die Kinder auch endlich mal früh auf. Weil es gibt ja Kalender dabei, wo Schokolädchen drin ist. Naja. Ich warte jetzt. Die Mädchen kommen gleich aus der Schule und dann werden wir uns parat machen. Und dann gehen wir rüber zur Grundschule. Da ich hier direkt neben der Grundschule wohne, ist es ja nicht weit. Und werden dann mal schauen, was es da alles gibt. Da sind dann so Bastelmöglichkeiten, Kuchen essen, Kekse essen, Kaffee trinken. Hä? Was? Ich weiß gar nicht, was ich sonst... Ich meine, ich muss ja jedes Jahr dahin rennen, ne? Und das ja schon seit einer gewissen Weile. Naja, mal schauen, was es gibt. Guck mal, die Maja ist auch schon richtig gewachsen. Da ist die kleine Maja. Äh, 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 äh. Ja, dieses kleine, hektische Monster. Das neue Körbchen, was ich da übrigens gekauft habe, ne? Da kannst du ja das hier so hochheben. Guck mal, was die da gemacht hat. Die hat sich da unten ein Loch reingefressen. Die hat sich da ein Loch in den Boden reingefressen. Ja. Ist im Moment alles noch interessant. Du kannst doch genug Sachen zum Zerbeißen von mir. Naja, aber anscheinend wollte sie ihr Körbchen eigene Unterschrift reinmachen. So, na jetzt erstmal hier weiter und dann gleich ab zur Schule. So, wir sind zurück vom Barbara-Fest. War wieder richtig süß. Wir haben tolle Sachen gebastelt. Guck mal. Kleine Schächtelchen. Mit einer Kerze drauf. Da waren noch so viele andere Sachen zum Basteln. Aber, ähm, der Ron, der hatte jetzt nicht wirklich so die Lust da drauf. Und Jana hatte dann auch keine Lust. Darlene lief sowieso nur die ganze Zeit da so durch die Gegend. Das ist dann halt, ähm, lecker Waffeln essen, Kuchen essen. Nur für die Waffeln, ne? Für die Waffeln, da haben wir ultimativ lange, habt ihr angestanden. Und, ähm, ich bin dann mit dem Ron noch ein bisschen so durch die Schule gelaufen. Weil halt Waffeln ist da absolut der Renner. Ja, wir haben jetzt heute noch, wo sind sie? Wo sind Maria und Josef? Ich habe auch ein bisschen Deko an dem Fenster. Ähm, Maria und Josef haben wir dabei. Das wird immer einmal im Kindergarten gemacht. Jedes Jahr, ähm, dürfen die zwei netten Püppchen, Maria und Josef genannt, einen Tag bei uns verbringen. Und dann muss ich das dann schön heute Abend ins Tagebuch reinschreiben, was wir denn alles gemacht haben. Die haben wir natürlich mit ihr auch schön in die Tasche reingestoppt. Zwischendurch haben wir sie es mal rausgucken lassen. Und dann haben die auch halt das Barbara-Feste in der Schule gesehen. Ja. Ich werde jetzt gleich das Essen vorbereiten. Heute gibt es, naja, hier, das ist mein Pyros-Fleisch. Das ist aber Hühnerfleisch, ja, Hühnerfleisch, ähm, gewürzt nach Pyros-Art. Und Kartoffel-Knusper-Taschen mit Emmentaler und Bechermüll. Ja, das werde ich jetzt zubereiten. Na, Rikki, wie fandst du denn in der Schule? Hallo? Wie fandst du denn? Schön. Schön. Mal gucken wir mal hier, dieses kleine Ors. Dieses kleine Ors da unten. Genau du. Wir sind gerade wie die Weltmeister draußen. Mama, warum machen die da liegen? Nein. Hier ist alles jedem. Wir sind die ganze Zeit draußen rumgelaufen. Und haben, ich wusste, sie muss eigentlich ein großes Geschäft machen. Was macht sie? Nichts draußen. Was macht sie, wenn wir nach Hause kommen? Erstmal schön in das Esszimmer gehen und mir da richtig eine Tretmine hinsetzen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Weil es jetzt kühler ist, weil es dunkler ist, weil es die Jahreszeit ist. Keine Ahnung. Du kannst es schleimen. Ja. Aber man kann ja nicht böse sein. Ist ja ein Baby. Wenn man sich das ja so vorstellt, wenn man seine Babys trocken macht. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Ne? Maja Lino. Na gut. Wieder ein paar nette Eindrücke von, ja. Mal funktioniert es jeden Tag, dass ich irgendwas machen kann. Und mal ist es ehrlich gesagt, war ein bisschen stressig jetzt in der letzten Woche mit dem Arbeiten gehen. Weil ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag arbeiten war. Zwar nur bis 14 Uhr, ich weiß. Aber danach erwarten einen ja direkt die ganzen anderen Geschichten hier zu Hause. Und von daher ist das manchmal, dann habe ich nicht schnell griffbereit die Kamera zur Hand. Aber wir bessern uns. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Video.